hallo ich bin die leute und herzlich willkommen zu einem weiteren videofamilie 5k dabei ist der rocco hallo oh du hast übersteuert das wird direkt leise und stellen hier auf jeden fall rocco muss das von leise sag noch mal was weil du hast nämlich gerade übel übersteuert also autotech ist ja nicht erlaubt ping ab und zu mal nach dem ping schauen auf jeden fall auf jeden fall wir haben ja gesagt wir machen noch mal einen 12 stunden stream aber leider ist auch wohl nicht die ganze zeit da er ist noch so ja später ist er da ja möchtest du sowas sagen oder er privat lassen ja ja ne ich kann schon sagen ähm ich komme halt nirgendwo später so zwei zwei kleinen vorstag hin zu meinem onkel ja so richtig ja äh die pri und ja ach nein ähm ja auf jeden fall da hat jemand die pigments angegriffen wir hatten die pigments angegriffen äh bei uns war einfach ich hab's gemerkt ich hab's gemerkt ich hab dich nicht schaden so gefühlt zu doller ja ist jetzt blöd dass die unser Ei jetzt schon weg ist ja gut ha roger hat eh keine Eier ahhhh hi oha verweiß es verweiß es hihihi 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 soo unser Gott ist gleich auf den Maxi upgedatet alles ich weiß das bringt bei so viel das alles abzutaten kill es hast du gut gemacht das ja kriegst du in skywood ok auf jeden fall was wir in stream spielen werden weiß ich tatsächlich noch nicht das ist immer so random und ja die sind auch ist das laut mal null vorbereitung dass es so eklig laut ist hilfe auf jeden fall erstmal voll iron gun das ist schon mal ein muss jemanden ja du bist nicht da das zählt nicht ne ne also ich bin halt wie gesagt immer für Ideen da wenn sowas ist so weil mir fehler echt so hier die gedanken was man alles machen kann meinte stehe ich mich noch dazu da denke mir okay mit was könnte ich jetzt anfangen aber je das ist so immer so gedanken sache alter hihihi 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 THWI okay warte lass mich hin ich hab Buck drauf geschossen das waren wo ist der warte hier ja der geht auf den lokalen also okay mit der männer mit deinem herzen ich baue mal ein paar lucky blocker auf ich hab die autogrammkarte hab ihn runter mit einem schlag das ist schön die meisten wissen nicht was sie so genau machen ich würde sagen wir sehen uns gleich in einer zweiten runde wieder so jetzt sind wir in der nächsten aufnahme auf jeden fall der stream wird kommen oh da kam ein eier erst mal direkt die erst mal direkt die männer machen hockho hat hohen ping oder ich habe einen hohen ping also in mein kopf nicht auf jeden fall auf jeden fall der stream wird kommen oh gott aufstoße ne das katsache da kann ich noch äh der stream wird eigentlich wieder kommen so wieder um 6 eigentlich wird halt wieder bis 6 uhr gehen eigentlich die ganze zeit dieses eigentlich 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 der rock ach du bist so satt ich würde die ganze zeit eigentlich die goldspawner aufwerfen fällt mir grad ein von 18 uhr bis 6 uhr die 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 mal einstür wofür mal ein bisschen auf jeden fall ja ich würde sagen die oben ich habe nicht mehr ich habe Kopfschmerzen In die Krise das schwert danke also rüstung reicht das mal weil wir haben schon den vorteil mit den diamanten anfangen die hat noch weg und man könnte ja man könnte in der letzten runde sehen was es gebracht hat dann noch weg mit ein schlag war der andere unten und was für die gute brust gerade eben so möchtest du nichts mit autokranken möchtest du 13 dias ist das laut soll ich mir extra herzen gern robo oder was sagst du extra zu machen eigentlich immer sehr nützlich deswegen 2 ich würde das mal sagen ich bei unserem bett bitte die sagen halt die ganze zeit bett so ob wir das eigentlich an einem es ist so ja das ist halt zur angewinnung was man ein wenn man ja ich weiß wenn man ja eigentlich ja bett wurde spiel und nicht eng wort deswegen ist es ich brauche gerade ein wie hier du hast zwei linke zwei sehr rechts radikale eier hast du hier so was habe ich jetzt nicht für die ja als ich bin jetzt für die 40 dias kostet das beste auf jeden fall ich gebe mir jetzt ein paar gold robo guck mal da kriegst meine dias so mein problem ich habe halt gar keine waffe so richtig außer meine autogrammkaterie die halt immer menschlich ist ja die nutze ich als chef vielleicht wie es halt die namen ist bei protection 4 bei schärfe habe ich ja ich habe ja schärfe 4 habe ich ja auch meine autogrammkater schärfe 1 ist ja schärfe 1 macht ja 1, schieß mich tot also es ist ungefähr fünf der mensch was ich habe ja oder krank habe wie viele basen gibt es eigentlich es gibt mir zu viele irgendwie auf diese runde auf diese runde in diese runde das wird dann gibt es wenn streichelt das bekommst du bekommst du dann hier guck mal du bekommst du ein ganzes bronzer ja ich habe schon eine eisenscheid mehr gekauft in dem moment ich gehe mal ganz kurz mitte holen wir ein paar diamante weil ein verlierer sind und ein paar ähm diamanten haben dürfen äh nein ich möchte ein paar ich möchte ein paar extra herzen ach ja bist du gewesen soll ich dir hinterher kommen oder kriegst ja ich gehe cutspace ich habe 26 dias dann holen wir uns mal ein paar extra herzen weil extra herzen sind richtig gut in diesem spiel die können mal die können so viel bringen in dieser runde ich sage nur rogo hashtag 6 herz rein rogo weiß etwas ich habe auch mal endlich einen keks weil ich hatte mich auch mal eine runde gespielt da war so rogo auch schon tot keiner hatte mehr ein egg und ich war halt alleine mit jemandem und ich hatte einfach 6 herz rein was mich einfach fast unbesiegbar gemacht hatte wäre ich bin halt auch nicht runtergefallen ich habe halt nur noch gewonnen aber wäre ich runtergefallen das hätte mindestens eine minute gedauert bis ich gestorben wäre so du als sie als sie äh ja weißt du wie geil das wäre wenn die äh wenn die pigments eigentlich für uns kämpfen würden indem man unsere base eintritt das wäre geil Tower defense und und ich auch aus wir die wir ja ich bin ja fast für live jetzt habe ich die normale herzensreihe 3 0 warte lass mich noch mal kurz 1 2 extra zu farmen jetzt gleich noch mal drei allgemein jetzt hat man es gehört hätte ich die exat sich jetzt auch schon tot gewesen eigentlich wo wir mitgehen oder lass mal kurz zu den basen gehen wo vielleicht schon jemand update ist ist ich meine ich wollte eigentlich die manden fahren für herzen ist da ja möchte ich dahin gehe ich hätte ausgelt wird jetzt abgeschossen worden gestorben jetzt gleich in die mitte gehen ganz kurz oder allgemein so da bitte kämpfen und so er kämpft nicht aber vorbei warte 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 lass mich doch kurz die zwei herzen ja komm ich jetzt wieder mal wartet er nicht jetzt ist die zweite herzensreihe auch schon voll tatsächlich wir haben irgendwas zu werfen ich höre es doch schon ja gold einfach brauchen wir jetzt nicht die manden hast du genommen 1 dann hört ihr goldäpfel warte ich hab goldäpfel schon ich hab 14 wo wir hingehen wollen wir jetzt team orange glauben wir halt noch ins gesicht müssen auf die andere seite gehen robo mit wochen aber ich bin jetzt ja gerade mit hier ich habe jetzt 26 extra 6 6 ratten das iphone team orange ist nicht eingebaut gar nicht nix nada niente dafür haben wir aber keinen richtigen weg gebaut haben sich bis jetzt nur aus und lang gebaut immer so deswegen komme ich würde ich sagen wieder base ich habe es gesehen ich habe jetzt 6 35 dias ich soll ich mir das beste schwert geht oder noch extra herzen ich bin ein idiot dafür habe ich 8 lucky blöcke erst mal die spinne weg tnt weggesprengt weg getient ich habe ewig gesprungen kraft ok was jetzt auch noch denn die sauber wird es halt so diese effekte wie man schon von rocko hong und diesen keks das scheiße hat mich noch abgeschossen wenn es gestorben ist ok habe ich davon ich mag das gar nicht diese aktion so er noch mal ein tnt will ich mich jetzt veräppeln wie schön dir ist ich habe jetzt ja ich habe jetzt das beste schwert ähm team blau lebt dann noch wo sind die blau ähm team blau da ist türkis grün claro ja ich bin auf dem weg ich bin nicht so blau ich sehe blau blau ist warum haben die eigentlich ne hellblaue farbe nicht der dunkle ich habe mein op schwert also zeichst du halt wirklich okay diamants schwert 10x 10 damage Ja, mach ruhig. Ich wollte es versuchen. Au, hat man das gehört? Die versuchen nicht in die Luft zu springen. Nein, das Ei gehört mir, Rocco. Tötet den nochmal. Ja, ich fang an. So. Mach doch. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war es für diese Runde, wenn Rocco den jetzt erreicht hat. Alter Rocco. Der rennt doch gar nicht nach Hause. Doch. Gigi. Auf jeden Fall Leute, wenn euch das Video gefallen hat, mit Rocco. Und so strich ich mich ein bisschen, lag ihr eher groß. Dann würde ich sagen, haut rein Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Leute. Auf jeden Fall. Do you? In mir. Ei.